Hückelhofen, Türkei, womit verdient eigentlich Servet Özbek, 25, der türkische Verlobte von Loredana Volni, seine Brötchen? Diese Frage beschäftigt viele Fans des TV-Clans. Jetzt bringt die 20-Jährige endlich Licht ins Dunkel. Über die beruflichen Qualifikationen der Kinder von Reality-Star Silvia Volni, 59, Promi Big Brother, ranken sich viele Spekulationen. Im Grunde geht nur Tochter Sarah Jane, 25, einem geregelten Job nach. Sie ist Krankenpflegerin. Mit ihrem Schwager in Spee scheint aber noch eine zweite Person aus dem Dunstkreis der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands sein Geld mit ehrlicher Arbeit und ganz ohne RTLZ-WII-Überweisungen verdienen zu wollen. Zu einem Instagram-Beitrag, der den Verkauf einer Immobilie im türkischen Ilika bewirbt, schrieb Loredana jüngst, Ihr möchtet gerne auswandern und sucht Wohnungen zum Kaufen oder Mieten? Hier ein kleiner Einblick in die Wohnungen, die verfügbar sind. Dazu verlinkte die Blondine ein Profil mit der Bezeichnung Immobilien Aurelio. Dass das Unternehmen den Namen von Lores und Servets gemeinsamen Sohn, eins, trägt, ist kein Zufall. Denn, es gehört ihrem Verlobten. Loredana Wollny Ausbildung bei Frauenärztin liegt weiterhin auf Eis. In der Beschreibung des Accounts heißt es Verkaufen, Vermieten, Renovierung, Bauen. Außerdem ist dort Servets voller Name vermerkt. Interessierte können den 25-Jährigen via WhatsApp kontaktieren. Als Standort ist Zeit hinterlegt. Mehr als 30 Immobilien in Serate hat der junge Türke, der zuvor in einem Hotel gejobbt haben soll, bereits auf dem Profil gelistet. Darunter etwa eine 300 Quadratmeter große Villa mit eigenem Pool. Und Loredana, auf der Homepage ihrer Frauenärztin, ist unter dem Reiter-Team neben dem Konterfei des Wollny-Kükens noch immer zu lesen, dass sie nach der Elternzeit eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten beginnen wird. Viel wahrscheinlicher als eine berufliche Zukunft scheint derzeit allerdings eine zweite Schwangerschaft. Erst kürzlich hatte die 20-Jährige erklärt, sich ein weiteres Kind zu wünschen. Noch bremst Servet das Vorhaben. Er will Lore erst heiraten.